Der Start in den Vereinigten Staaten uneinheitlich, sehr uneinheitlich das Ganze zum Wochenbeginn, denn wir sind sehr unterschiedlich unterwegs. Die Standardwerte, nein, die Blue Chips, gucken wir uns mal den Dow Jones an. Hier jetzt YM, das ist der Dow Jones Future mit einer starken, einer schnellen Bewegung hier nach unten. Das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen für abwärts. Oder ist es doch nur eine Korrektur? Bisher ist es noch so halbwegs ABC-mäßig. Ich kann mir also vorstellen, dass es noch nach oben geht. Eigentlich wäre ein Dreiweller und das, was wir bisher hier nach oben haben, sieht ja schon sehr dreiwellig aus. Also hier vorne haben wir einen Knubbel und dann ist es nochmal nach oben gegangen. Wenn es dabei bliebe, das heißt, wenn der Markt jetzt nach unten geht, also weiter zumindest nochmal nach unten geht, dann wären wir nur dreiwellig nach oben. Das wäre sowieso gar nicht so ein gutes Zeichen. Das würde sehr für die Abwärtsseite sprechen. Ich kann mir aber noch sehr gut vorstellen, das ist eigentlich mein eher favorisiertes Bild, denn es gibt wenig Anzeichen jetzt, dass die Märkte wirklich deutlich unter Druck geraten sind, dass wir zumindest mal jetzt vielleicht eine Pause nochmal machen und dann anschließend nochmal nach oben gehen. Dann wären wir wieder fünfwellig nach oben unterwegs. Und fünfwellig wäre wieder ein gutes Zeichen, weil das typischerweise die Haupttrendrichtung eben widerspiegelt, wenn wir sowas haben. Und dann wäre als nächstes vielleicht dann wieder so eine ABC und dann die Fortsetzung nach oben sehr, sehr realistisch. Es hängt und steht und hängt und fällt und wie auch immer mit der aktuellen Bewegung hier. Nämlich, ob diese tatsächlich jetzt weiterläuft, also stark nach unten geht. Wenn sie jetzt anfängt anzuhalten jetzt auf diesem Niveau, dann würde ich das Ganze eher tatsächlich als eine Korrektur eben auffassen. Und wir hätten die Chance für nochmal nach oben. Aber auch das würde mich jetzt nicht super glücklich machen für die Long-Seite, für immer. Long forever vielleicht noch nicht unbedingt. Ich habe es ja im übergeordneten Video am Wochenende, ihr habt es vielleicht gesehen, ja ein wenig schon mal angedeutet, wie das Ganze aussieht. Tatsächlich, dieser Rücksetzer, das wäre das Ding, was mir eigentlich wahnsinnig gut gefallen würde. Nicht um jemanden zu verärgern, sondern eben um uns eine Bestätigung nochmal zu geben, dass diese Aufwärtsbewegung, die wir dann haben, eben eine ordentliche Korrektur hat, eine ordentliche Größe. Nicht zu groß, nicht zu klein, irgendwie was Mittelfältiges. Denkt an die Fibonaccis, 38er-Zone beispielsweise. Ich kann es mal andeuten, wir wissen ja noch nicht, wo das hoch ist, aber ich mache das jetzt mal so. Ich wackele mal bewusst, weil ich will euch nicht auf eine bestimmte Marke einschwören, je nachdem, wo das hoch dann nachher hier sein wird. Es kann hier in diesem Bereich tatsächlich sein, kann aber auch noch weiter klettern. Aber dann der Rücksetzer, dann eben irgendwie so 38er, 50er, vielleicht dann noch 61, 8er. All das wäre in Ordnung, wenn es dann einen Rücksetzer gäbe. Der würde nichts kaputt machen an der ganzen Geschichte. Es ist jetzt müßig, das Ganze nochmal, gerade nach meinem Wochenendvideo, jetzt hier bei den anderen nochmal durchzugehen. Wir hatten ja schon angesprochen, dass eigentlich für den Nasdaq heute das positiv aussieht, weil das ist eben, was ist das? Es ist eine Korrektur, ganz klar korrektiv. Das ist die hundertste Wiederholung, also die Voraussetzungen nach oben weiterhin erstmal gegeben. Aber auch hier würde ich mich sehr freuen, wenn er so langsam, aber sicher mal irgendeinen Rücksetzer macht, gleichen Gegebenheiten, wie wir sie angesprochen haben, eben beim Dow Jones, nämlich einen Rücksetzer in diese mittlere Zone, 50 Prozent, ein bisschen höher, 38er, ganz egal. Also so ähnlich wie hier einfach ein maßgeblicher Rücksetzer und dann kann man wieder im größeren Stil guten Mutes auch einsteigen, weil man dann sagt, ah, okay, nächste Korrektur haben wir hinter uns. Ab jetzt geht es dann wieder gesittet nach oben weiter. Machen wir einen Schnellcheck zu Gold. Ich kriege ganz viele Anfragen immer zu Gold. Sag doch nochmal was zu Gold. Kann man da nicht irgendwie was machen? Schaut es euch selber an. Das ist die Bewegung, die wir jetzt hier jüngst haben. Ist es eine Aufwärts- oder eine Abwärtsbewegung? Erste Frage. Naja, vom Tiefpunkt aus ist es aufwärts. Ist es eine dynamische, eine, die mit Druck und Power entstanden ist, oder ist es irgendwas Wackeliges, Zögerliches? Keiner weiß so richtig. Das ist eher korrektiv. Also bin ich noch nicht auf der Kaufenseite angekommen. Wenn ich es besonders schön gerne hätte, dann wäre das vielleicht so noch ein bisschen besser. Das würde uns eine gewisse Chance für nach oben nochmal geben. Aber eigentlich eben nicht unbedingt jetzt auf der bullischen Seite. Allerdings muss man sagen, auch das hier sieht nicht wirklich doll aus hier. Also diese Abwärtsseite. Komm, das kriegen wir auch nochmal schöner hin. Wenn ihr mal die Oberseite so ungefähr verbindet, die Abwärtsseite. Das ist auch eine Abwärtsbewegung. Die ist ebenfalls korrektiv. Ja, tatsächlich. Das ist das, was mich im Moment so ein bisschen anfixt im Sinne von, naja, jetzt haben wir hier vorne schon so einen halben 3-Wähler gekriegt. Auch wenn ich den nicht so schön gezeichnet habe jetzt hier. Aber vielleicht kriegen wir das da hinten nochmal. Dann hätten wir auch hier unser klassisches Bild. Und dann können wir ja auch beruhigt nochmal nach unten gehen. Ich weiß, das finden einige total unsexy. Aber all das, was bis jetzt hier gerade passiert, deutet nicht darauf hin, dass die Marktteilnehmer mit Begeisterung vor den Schirmen sitzen und sagen, ich weiß nicht, wie schnell kann ich noch kaufen? Nein, so sieht es eben genau nicht aus. Die aktuelle Situation ist eben eine ganz klassische Abwartensituation, was korrektiv ist und nicht dazu motivierend, da jetzt direkt loszulegen. Ja, soweit das. Vielleicht nochmal abschließend Blick auf die Zinsmärkte hier, die US Treasury Nodes, um zu gucken, wenn dort die Kurse steigen, also wenn diese hier nach oben gehen, dann sinken im Umkehrschluss die Zinsrenditen. Also dementsprechend steigende Kurse hier sind fallende Zinsen hier und fallende Zinsen hier sind gut für die Nasdaq. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Hier im 15-Minuten-Chart sehen wir das vor dem Wochenende. Da sind wir noch relativ steil nach oben gegangen, dann wackele ich nach unten. Auch nach dem Wochenende setzt sich das Ganze fort. Also im Augenblick nicht unbedingt dazu geneigt, um auf Schwäche hinzuweisen. Steigende Kurse aktuell zumindest mal noch gar nicht so schlecht. Die Variante und steigende Zinsen sind für die Nasdaq auf jeden Fall erstmal gut. Ob das aber insgesamt schon, guckt euch das mal an von dem Tiefpunkt hier. Überlegt es euch selber, ich weiß es ja auch nicht besser als ihr. Überlegt euch mal, ob ihr das eine richtig schöne, so sieht das im Moment aus. Ist das ein Bullenmarkt, wo ihr sagt, der strotzt vor Stärkung, der strotzt vor Begeisterung. Oder sagt ihr, das ist doch der gleiche korrektive Krempel, den wir bei Gold haben. Es geht zwar nach oben, aber wenn wir ehrlich sind, ja, dann gib ihm hier nochmal einmal eine Fortsetzung und dann haben wir die Geschichte und dann haben wir das, was wir vorher hatten, nämlich diese Geschichte wieder. Und dann gehen wir dann nochmal nach unten. Also das würde ich auch hier absolut nochmal ins Kalkül ziehen. Das wird dann gefährlich allerdings für die Tech-Titel, denn wir wissen und wir haben es mitgekriegt, die sind empfindlich, was Zinsentwicklungen angeht. Wenn dieser Kurs nach oben geht, ist das für Nasdaq gut. Geht dieser Kurs nach unten, dann haben wir steigende Zinsen. Ich habe es gerade erwähnt. Steigende Zinsen sind für die Nasdaq-Titel klassischerweise nicht gut. Also behaltet das gerne im Auge. Man kann das eben auch traden, also völlig auf sich allein gestellt, indem man einfach guckt, was ist die steile Seite, was ist die schwache Seite. Ich denke, das ist immer wieder, immer wieder mal, nicht immer, aber häufig ganz gut zu erkennen. Und dann weiß man ja, wohl vorläufig wohl diese Richtung. Wer also sowas auch handeln will, der kann hier eben gucken, ob es sowas hier gibt. Ob es passiert, wissen wir nicht. Aber wenn es passiert, haben wir ja ein ganz gutes Indiz dafür. Und ansonsten kann man das, wie gesagt, zur Übersicht ebenfalls nochmal nutzen. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße. Wir sehen uns in den Märkten oder bei bester Gelegenheit.